Lektion 1 Erste Lektion Rhein-Main-Flughafen, Frankfurt Erster Teil Guten Tag! Ich bin Heinz Schmidt. Ich bin ein Kollege von Walter Kühn. Herr Kühn kommt heute aus Brasilien. Er arbeitet dort. Er ist Geschäftsmann. Er kommt nach Deutschland, nach Frankfurt. Frau Kühn und ihre Tochter Fräulein Kühn kommen auch nach Frankfurt. Ein Flugzeug aus Rio landet gerade. Zweiter Teil Passkontrolle Ihr Pass? Wo ist Ihr Pass, mein Herr? Hier, bitte. Hier ist mein Reisepass. Danke. Sie heißen Kühn, nicht wahr? Ja, ich heiße Walter Kühn. Und die Dame? Wo ist Ihr Pass, bitte? Hier, bitte schön. Die Dame heißt auch Kühn. Sie ist meine Frau. Aha. Und wer ist das Fräulein hier? Das Fräulein ist meine Tochter, Renate. Das Gepäck. Wer heißt Kühn? Walter Kühn aus Brasilien. Das bin ich. Ist das Ihr Koffer? Nein, das ist nicht mein Koffer. Mein Koffer ist schwarz. Der Koffer hier ist braun. Walter, das ist doch mein Koffer. Mein Koffer ist braun. Richtig. Aber wo ist mein Gepäck? Es ist hier, mein Herr. Ein Koffer und eine Reisetasche. Hier sind sie. Ah, gut. Danke schön. Und wo ist Renate jetzt? Hallo, Renate. Ich komme. Zollkontrolle. Das Gepäck, bitte. Haben Sie etwas zu verzollen? Alkohol? Tabak? Parfum? Ich habe eine Flasche Kognak und 200 Zigaretten. Hat die Dame etwas? Und das Fräulein? Wir haben nichts. Sind Sie Deutsche? Ja, wir sind Deutsche. Aber Sie wohnen nicht in Deutschland? Nein, wir wohnen in Brasilien. Was machen Sie hier? Sind Sie auf Urlaub? Ja, wir sind auf Urlaub. Danke. In Ordnung. Die Begrüßung. Ah, da sind Sie ja alle. Guten Tag, Herr Kühn. Guten Tag, Herr Schmidt. Das ist Ihre Frau, nicht wahr? Ja, ich bin Frau Kühn. Guten Tag, Herr Schmidt. Und das ist Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, das ist meine Tochter, Renate. Guten Tag, Fräulein Renate. Guten Tag, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank. Sehr gut. Und Ihnen? Danke, auch gut. Kommen Sie. Mein Auto ist draußen. Oh, das ist schön. Wir fahren sofort in Ihr Hotel. Dritter Teil. Wer sind Sie? Guten Tag, Fräulein Lenz. Guten Tag. Ich bin nicht Fräulein Lenz. Wer sind Sie? Ich heiße Margot Stiegler. Und wie heißen Sie? Ich heiße Rolf Brunner. Ich komme aus Hamburg. Und ich komme aus München. Was haben Sie? Haben Sie etwas zu verzollen? Ja, eine Flasche Wein. Kognak auch? Nein, Kognak nicht. Zigaretten, Zigarren oder Parfum? Nein, eine Flasche Wein. Wo ist sie? Hier, bitteschön. Schwarz und Braun. Was ist das? Das ist nicht mein Gepäck. Mein Gepäck ist schwarz. Es ist nicht braun. Und das ist nicht mein Koffer. Er ist schwarz. Mein Koffer ist braun. Wo ist er? Ist das Ihr Koffer? Er ist braun. Oh ja, danke schön. Und ist das Ihr Gepäck? Ja, das ist mein Koffer. Er ist schwarz. Danke schön.